Die Niemandsland Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich vom Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Okay. Bereit. Da hab ich den Hund drauf auf sie losgelassen. Ja. Ja. Bereit halten. Ruhe schreie. Das war mein Fernseher. Mein Auto. Mein Haus. Stalker 6 hier ist Viking. Näher in uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung. Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Mein Haus. Will wieder hierher. Okay. Hey. Wie dir das an? Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Hey. Gib's mir. Ist meins. Blöder. Na ja. Wow. Ich denke, mich daran erinnerst, oder? Der bringt mich zu sehr. Na los. Ganz vorsichtig jetzt. Scheiße. Ja, die alle sind gut. Ja, die alle sind gut. Ich werde noch mehr hergaben. Logen, mit Reilly synchronisieren. Und los geht's. Gut. Die Westen zu deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Ich sehe zwei Ziele voraus. Coole Sache. Sie sollen sich trennen. Den Nahen zuerst ausschalten. Ned. Wo ist der andere hin? Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Da ist er. Den schnappe ich mir. Ernehmung, Logan. Lass Reilly die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzettler. Okay, das mit dem Hund, das ist relativ cool. Warte. Ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Warte. Warte. Ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Oh, warum ist das so schwer? Lass Reilly die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzettler. So machen wir das so. Komm, 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 komm. Oh, mit zwei Stücken habe ich auch keine Lust. Das Reilly die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzettler. Komm, 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 komm. Warte, ein Scharfschützer auf dem Balkon. Wir gehören mir. So, das war jetzt einfacher. So, ist das schon einfach. Alles sicher. Gut gemacht, Reilly. Echt coole Sache. Drin sind noch welche. Vor mir hin. Reilly, so. Sicher. Mir nach. Coole Sache. Echt coole Sache. So, gehen wir mal weiter hier. Wally, alles klar. Das ist cool. So, gehen wir jetzt hier mal weiter. Wer schießt die wieder von uns? Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Was denn für Trümmer? Stoßen auf Widerstand, aber wir flagen uns durch. Voll in die Eier. Gut gemacht, Wally. Wally macht erstmal Pause. Ach du Kacke. Das hat ihn wieder aufgeweckt. Und tschüss. Fang ihn. Fass ihn. Danke, Wally. Du bist echt cool drauf. So. Granate. Okay. Wally los. Du bist am Arsch. Du auch. Wer schießt da auf mich? Du regst mich doch die ganze Zeit schon auf, ey. So. Alles clean. Das ist super gehört. Klopapier. Ne, jetzt nicht. So. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch bereit seid, ihr sehr abwandelst. Roger. Bewegung. Komeras. Wie grade ihtieht. Was haltet ihr? Wie ist es da? Aber dann. Und bis fastig sind. Mit deinem sagt? Nicht die fünf? Coole Sache, danke. So, marschieren wir mal geradeaus weiter. Oder besser gesagt, wir rutschen. Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Sehr harte, sie sollen passieren. Woher die kommen? Ganz braver Hund. Ganz brav. Ich sehe ihn. Headshot, würde ich sagen. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt... Ups. Beim ersten Mal klappt es, ne? Beim andern Mal halt dann eher nicht. Nachzügler da rechts. Zwei Uhr. Headshot. Unten bleiben, wir folgen. Und jetzt? Was müssen wir tun? Was machen wir? Checkpoint. Stalker hat mein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Sehen wir uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Und los geht's. So, Riley. Jetzt geht's wieder los. Ganz langsam. ganz egal es müssen es nicht so machen ich muss jetzt auf jeden Fall hier beenden wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme weil ich muss das jetzt noch rendern und hochladen und so aber wir sehen uns dann dort ich hoffe euch hat es gefallen und wegen dem Problem mit den Haken weil es so hakelt bei den Videos und so mit den Lacks muss ich mal schauen ob es an was liegt an meinem PC dürfte es eigentlich nicht liegen aber wahrscheinlich denke ich mal eher an COD also danke fürs Zusehen, bewertet meine Video und ja, schaut dann einfach mal so bis zur nächsten Aufnahme und ciao